Schurken von Feudel Schurken von Feudel Wie krank Dieser Anfang ist wieder heftig Was geschieht mit uns? Und jetzt sind wir hier drin, oder was? Jetzt sollen wir wohl einen Weg rausfinden Shit Wir müssen uns beeilen, da unten ist doch was Schaut mal, in die Kiste Verdammt, nicht zu gebrauchen Ja, dieses Spiel ist einfach nur unglaublich, Leute Ich sag's nur immer wieder gerne Hier hinten ist auch noch was Kapsel? Riddlers Kapsel Das wird mir nicht gut tun, gerade jetzt Als ob es nicht schon schlimm genug ist EMP-Sender EMP Das wär's doch gewesen, oder? Telefon EMP hacken Na gut Ordne die Schalter den entsprechenden Schaltplänen zu Alter Schwede Okay, oben müsste es rot sein Hier müsste es in der Mitte Weiß-Gelb sein Ist das richtig? Nein Okay, ich hoffe, das ist richtig Hier muss es auch gelb sein Sehr gut Hier müsste es rot-weiß sein Upsala So, und hier Weiß-Gelb Haben wir das Ding aufbekommen? Das kann doch nicht dein Ernst sein Shit Komm schon, Alter Bruce, kannst du mich hören? Ich bin hier, ich bin hier Harley hat mich in eine von Frieza's Cryo-Chamber Aber ich bin okay Oh, well, that's a relief I'm afraid I was starting to panic I've got it under control, Alfred Is the Pact still in the subway? No I'm bringing the car around Call Waller Tell her the Pact means to slaughter their way into Sanctus And I'm going after him What? They'll have you shot on sight, Bruce I'm not going as Bruce It's time to let Batman handle things Boah Dieser Anfang Ich hab Gänsehaut Burdi Wellness Center 20.27 Uhr Das wird ziemlich actionreich, wie ich merke Bewege dich mal Was? Alter Schwede Wie Ekelhaft Der Typ Holy shit Alles ist voller Blut und Gedärme, ey Projekt Lotus, ey Das erinnert mich eher an so einen Vibrator-Lotus Wenn ihr versteht, was ich meine Könnt ihr mal gerne eingeben An der Tür lauschen Machen wir das mal Das ist ja richtig krank, was wir da gerade gesehen haben Ich glaub, da lebt einer Komm, wir müssen rein Koste es, was sie wolle Scheiß drauf Fingereck Alter, wir wollen noch nicht jetzt tief in die Ich zwinge ihn Ich zwinge ihn Das ist wirklich krank Bruce, ich contacte Direktor Waller Sie, um Wants zu sprechen With you Now Put her through Batman Where are you? Give me a status update I'm at the Sanctus facility I split with the Pact And they beat me here It's a bloodbath I ordered you not to blow your cover What the hell were you thinking? You could have been there to prevent me I was thinking about stopping the Pact Which is way more than you're doing right now Don't make this a fight with me Just look at the bodies And ask yourself If it was worth it We'll be there to back you up soon We're gonna put an end to this once and for all Looks like Sanctus security We've barely slowed them down That's why you have to keep them there until we arrive That virus cannot be allowed to leave the facility Don't mess this up again The store lock requires a keycard Wir müssen suchen Darauf habe ich gewartet Dass wir uns hier frei bewegen können Mit euch hier zusammen Mann, 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 ey Hier ist wirklich alles drunter und drüber, ey Jeder blutet Der eine wird nie wieder mehr seine Frau sehen Der andere nie wieder mehr wirklich Ja, das Leben quasi genießen Und hier ist schon mal ein Körper Untersuchen wir das alles mal Eine Schlüsselkarte Wo hat wer eine Schlüsselkarte? Das ist wirklich hochinteressant, das Spiel Und ich bedanke mich natürlich auch an den Der hier mir diese Information gegeben hat Für eine neue Episode Es ist Hammer, ey Stromleitung ansehen Glaub ich nicht Riddler ist doch schon längst gestorben Der kann doch gar nicht aufwachen Im Übrigen sind auch die anderen Episoden Zu Batman auch ziemlich interessant zu schauen Falls ihr Bock drauf habt Auch sehr action geladen Genau wie hier Dieser Batman Teil Keine Schlüsselkarte Heiliger Strohsang, ey Hier ist doch auch noch was Schutt in Asche Gut, bevor wir das aber sehen, liebe Freunde Verabschiede ich mich jetzt hier Von Let's Play Batman Das ist wirklich ein schurkenhaftes Spiel Dieses Mal Zumindest die Episode Lasst ruhig wie immer Viele, viele, viele Bewertungen da Eure Meinung natürlich Was geht denn hier bitte ab Bis dahin